Hallo Leute, es geht weiter mit Lego, der Herr der Ringe. Wir hauen jetzt hier mal ab, weil ich hab das Leuchtfeuer Dingens ja gefunden. Äh, wo ist eigentlich Schattenfell? Das hier ist doch Schattenfell, oder? Genau. So. Die anderen sollen sich einfach mal mir anschließen von alleine. Ich reite nämlich los mit Gandalf. Und seh da oben ne Schatztruhe. Verdammt nochmal, ich wollte jetzt eigentlich weiter. Jetzt seh ich aber überall die Sachen, die man hier machen kann. Schon fast ein bisschen fiese. Für Gandalf hab ich auch schon lange keine, äh, Dings mehr gesehen. Äh. Keine Sachen, die er machen soll. Finde ich aber nicht schlecht, weil es ist etwas schwierig mit ihm. Oder schwieriger als mit den anderen. Geh mal runter. Und kauf den Typen. Sehr schön. Dann haben wir den auch. Wo ist Legolas? Komm mal her. Wo bist du? Dich brauche ich nämlich. Da bist du. Äh, da. Da ist nämlich was, was für ihn wieder ist. Wieder mal von der anderen Seite jetzt, oder? Ja. Da schießt du auch nochmal bitte ran. Wenn wir schon mal hier sind. Da ist auch noch einer, den ich, ähm, machen kann. Ach, dabei wollte ich doch eigentlich weiterkommen. Geschichtlich. Ich find's aber auch nicht schlecht, wenn wir mal so ein bisschen verweilen. Ich hab so viele Sachen nicht gemacht in diesem Spiel, dass ich echt das ganze Spiel nochmal spielen müsste, um überhaupt mal ansatzweise zu verstehen, wo ich zum Beispiel die Quests lösen kann. Oder was ich noch alles hätte tun können. So, von hier aus kommst du da wohl doch ran, oder? Hey, mach das mal. Macht er nicht? Warum nicht? Jetzt aber. So, jetzt muss ich nur noch nach oben kommen. Wo kann ich? Hier? Da hinten ist auch noch jemand, den wir... Ja, spring doch da hin. Da holen wir uns die Schatzkiste. Die natürlich verschlossen ist. So ein Mist. Die ist verschlossen. Ich glaub's nicht. Jetzt mach ich mir hier die Arbeit. Menno. Ach ja, ihn hatten wir ja schon. Stimmt. Ganz vergessen. Aber ich kann doch hier noch mehr rumjumpen. Konnte noch auf die andere Seite. Da war ich nicht. Da war nämlich ein Entwurf. Und den kriegen wir doch, oder? So. Nee. So funktioniert das nicht. Ich überleg grad, wie ich da vorne hinkomme. Muss hier irgendwie rauf? Das funktioniert so nicht. Oh, das ist aber auch ein bisschen blöd hier gerade. Da will ich an den Entwurf hin. Wo bin ich denn hier so gut hochgestiegen? Hier ja wohl nicht. Das ist... Äh. Legolas. Gandalf versucht ja irgendwie immer hinter mir genau dasselbe zu machen. Gandalf, das wird nicht funktionieren. Jetzt stehe ich wieder hier oben. Komme ich hier rauf. Oh. Oh, so geht's natürlich auch. Ah. Nee, das war schon gut. Und jetzt... Nein! Oh, scheiße. Das könnte ich doch aber schaffen, oder? Lass ich das nicht schaffen? Komm. Hopp. Hopp. Yeah. Und jetzt da... Nein, 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 Legolas. Das ist... Gandalf, hör doch mal auf, jetzt hinter mir her zu hüpfen. Das wird nichts. Du Opa. Das schaffst du nicht. Warum bleibt er da drauf nicht stehen? Diese Ablagefläche ist doch extra für ihn, oder? Oder sieht das nur so aus und ich versuche das hier unnütz? Ja. Ey. Gleich habe ich keine Lust mehr. Dann reite ich hier weg und dann... Ne? Komisch. Wie kommt man da hin? Ähm. Hallo? Kannst du dich mal daran festhalten? Das gibt's ja wohl nicht. Bleibt da drauf... Er bleibt da drauf einfach nicht stehen. Ja, dann leck mich doch... ...sonst wo. Ich stürze mich in den Tod ins Wasser. Was soll's. Ist doch nur Legolas. Ja, dann... Ja. Tschüss. Tschüssi alle. Ach. Doch noch was. Zu tun. Ein Schiff für uns alle. Wo ist Schattenfell? Gandalf, wo ist Schattenfell? Du kannst doch Schattenfell hier nicht zurücklassen. Mann. Der steht hier und ganz alleine. Das geht nicht, Gandalf. Gandalf, das geht nicht. Du kümmerst dich nicht ordentlich. Ja. So. Hauptsache Schattenfell kommt mit. Lulululululu. Lululululu. Da kann ich eh nicht lang. Wo geht's denn hier raus? Geh doch mal da raus mit dem Pferd. Das nervt. Ich will hier weg. Gott. So. Meine Güte nochmal. So kommt ihr. Ja, dann eben ohne Pferde. Legolas hat eins. Guck mal, hier ist doch wieder was für Gandalf. Wenn man davon spricht. Sag ich doch. Sag ich doch. Nein. Ich wollte das doch nicht. So. Wie geht denn das jetzt nochmal? Ach ja. Ich muss erstmal den Zauberstab nehmen. Und dann baue ich hier rum. Bis was nicht Gescheites entsteht wieder. Das kennen wir ja schon. Eigentlich mache ich das doch auch immer nur, damit man nach oben irgendwo hin kann. Wie es aussieht. Da soll ich hin. Okay. Ja, das sieht sehr, sehr richtig aus. Gandalf, du bist der beste Zauberer, den ich kenne. Ja. Bin ich. Ich bin Gandalf. Wo sind wir denn hier jetzt wieder? Hüpfende Lego-Objekte sind in ganz Mittelerde zu finden. Wenn sie einen zerschmettert, dann geben sie Mithrilsteine frei aus. Ja, das... wissen wir mittlerweile. Aber wozu soll ich da hinten die Dinger zusammenbasteln? Damit ich da wieder stundenlang... Ne, da habe ich auch gar keine Lust mehr. Jetzt stundenlang hier rumzueiern. Wozu denn auch? Das funktioniert eben. Selbst wenn ich jetzt noch einen höher mache, wo soll denn das hin... Ach, da vorne. Ich sehe das schon. Jetzt weiß ich wenigstens... Ja, oh... Gandalf, du bist ja so toll. Gandalf, der große Zauberer. So. Legolas. Oh, Legolas, du hast alles wieder kaputt gemacht. Scher dich weg. Müh. Leon, Legolas. Du hast alles kaputt. Äh. Nein, ich habe Schattenfell kaputt gemacht. Ich habe Schattenfell kaputt gemacht. Daran bist du auch schuld. Ich hasse dich. Legolas. Schattenfell. Legolas ist auch tot. Wo ist Schattenfell? Schattenfell. Oh Gott. Das schönste Pferd auf Erde. Und ich habe es getötet. Wie schreckulig. Hält das jetzt oder hält das nicht? Jetzt versuch's mal. Geht doch. Reicht doch. Ich glaub's nicht. Ich hab Schattenfell getötet, ey. Das macht mich jetzt mit der Musik schon ein bisschen traurig. Hol den Entwurf, Legolas. Hol ihn. Wegen dir musste er sterben. Kein Schattenfell zu sehen. Es ist sehr, ein sehr trauriger Tag. Und da ist der Entwurf, den ich eigentlich haben wollte. Den ich nicht geschafft hab. Ja. Geh weg. So. Ja. Scheiße. Das ist eine riesengroße Scheiße. Gimli. Hier ist was für dich. Doch nicht das Pferd. Wir können doch nicht alle unsere Pferde töten. Wieso? Das war doch was für Gimli, dachte ich. Ach so. Hab ich schon gemacht. Und jetzt können die Hobbits irgendwie wacker holen oder so. Wie? Ich halt wie. Jetzt hier auf Zeit. Was ist los hier? Keine Ahnung. Wer bist du denn? Ich habe eine Bitte. Ein Freund von mir ist in der Schlacht von Pelennor gefallen. Ich möchte seiner Familie sein glühendes Schild zurückgeben. Bin aber verletzt und kann ihn nicht suchen. Suchst du ihn für mich? Ne. Mach ich nicht. Ja. Da ist ja noch jemand. Beidläuferin aus Gondor. Die gehört jetzt auch uns. Wir haben sie einfach mal gekauft. Als Sklaven. Ich glaube, das ist eher was für Legolas wieder, ne? Ja, streitet euch drum. Ach, deswegen muss ich hier auf Zeit machen, damit ich den Entwurf freischalten kann. Das schaffe ich doch. Öh, nöh. Wie mache ich das denn? Ich glaube, ich muss nacheinander diese Statuen machen, ne? Kann das sein? Jep. Leute, wenn ihr hier weiter so nervt, dann... Alle auf einmal. Das ist schön. Das schaffe ich nicht. Habe ich jetzt auch keine Lust, das zu schaffen, zu müssen. Bin ich ehrlich. Dafür quäle ich mich gerade genug ab. Und die anderen nerven mich eh. Die kommen die ganze Zeit hinterher. Wo sind die blauen Punkte? Wo soll ich hin? Genau, denen folge ich jetzt einfach mal wieder. Es nutzt ja nichts. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Hier ist wieder was für Dingens, Gollum. Ich würde sagen, wir reiten gerade zum Schicksalsberg. Das hatten wir ja eh vor. Und den Rest des Spiels, den... Habe ich dann wohl nicht geschafft. Ja. Dann reiten. Ohne Schattenfälle. Hallo? Wer bist du denn? Dich mache ich fertig. Was glaubst du, wer du bist? Den habe ich gekauft. Der gehört jetzt mir. Genauso wie der Rest hier. Ich will doch jetzt nicht schon wieder in die Totensümpfe. Übrigens ist mir aufgefallen, da fehlt mir eine Steam-Errungenschaft. Für die Totensümpfe. Dass ich die angeblich noch nicht geschafft habe. Also beende die Totensümpfe. Das habe ich doch gemacht. Wieso habe ich dann nicht... Wieso habe ich dann nicht die beendet? Vielleicht kommt das ja noch, weil ich sie jetzt erst beende, wenn ich mit den Leuten durchlaufe. Das kann natürlich sein. Wenn die blauen Punkte mich hier langführen. Ach, Aragorn, du bist so schlecht. Ja, natürlich kriege ich den nicht. Ist ja wieder, klar. Hallo, mir gehört jetzt das Pferd. Ne, das ist ja doof. Das ist ja wohl mal wieder doof, ne? Ah, okay. Jetzt werde ich den freischalten können. Ja, toll. Wieder nicht geschafft. Ich hasse euch Sträucher. Und diese Aufgaben machen mich fertig. Nein! Oh Gott sei Dank. Ach, dass sie auch immer automatisch aufeinander losgehen. Gimli, wenn du meinst, dass du mitkommen musstest, dann musst du da hinten eben bleiben. Oh nee, dass man auch immer von vorne wieder anfangen muss. Ist auch so blöd. Nee, 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 nee. Aragorn, so läuft das nicht. So. Das ist ja schön. Dann laufen wir mal weiter hier durch die Totensimpfe. Und folgen Aragorn. Dann, wie geht's was zum Bauen? Bau das mal zusammen. Äh. Ähm. Äh. Ja. In den Totensimpfen wird immer gerne gefeiert. Das kennt man auch so aus Herr der Ringe. Sollen wir ihn einfach töten? Und nö, ich lasse ihn einfach mal tarnen. Ich finde den gut. Ich finde das total lustig, dass jetzt hier so ein tanzendes Skelett ist in den Totensimpfen. Yeah, wir feiern alle mit. Woo, woo, woo. Yeah. Die Totensimpfen-Party. Kommt alle vorbei. Ach, hier ist was für Legolas. Ich sagte für Legolas. Aha. Eine Plattform, die sonst nicht da war. Was ist mit dem Skelett? Doch, er tanzt noch. Das ist gut. Was ist mit Gandalf da hinten? Ja, dann muss er, wenn er da selber reinspringt, dann muss er da auch selber rauskommen. Sehe ich so, ne? So. So. Warum springst du nicht einfach nach vorne? Äh, was ist denn jetzt hier? Gandalf! Gandalf, was ist los mit dir da hinten? Hilfe! Hilfe, ich bin hier. Ich bin hier. Hilf mir. Nein, wir helfen dir nicht. Was kann ich von hier aus jetzt machen, was vorhin nicht war? Das ist doch eher wieder was wir zusammen hier, ne? Mit dem Graben. Hm. Kann ich da hinspringen? Mit viel Schwung? Nein. Kann ich nicht. Was hat mir das denn jetzt hier gebracht? Die Plattform. Bestimmt machen wir mit, äh, mit den Plattformen machen wir, also äh, mit Legolas und den anderen machen wir die Plattformen für die Hobbits, wo sie sonst nicht rübergekommen sind. Und da hatten ja Amira und ich damals auch verzweifelt überlegt, wie das denn zu schaffen ist. Und jetzt wissen wir es. Hier sind wieder diese merkwürdig aussehenden Pflanzen. Dann geh mal hier weiter. Uiuiui. Zu nem Entwurf kommen, über diese Dinger. Schaffe ich das? Ich könnte es mir vorstellen. Nein, 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 nein. Das war so klar. Komm, du schaffst das, Legolas. Warum springt der nicht nach vorne? Ich ziele voll nach vorne. Der springt nicht. Springen. Jippie. Jetzt darfst du zurückgehen. Jetzt ist es mir egal. Finde ich gut. Ähm. Ja. Wir sollen da lang. Dann gehen wir da auch lang. Na, wer bist du? Ich habe ein Haus aus den Knochen meiner Feinde gebaut. Du, äh. Aber mir gingen die Knochen aus, bevor ich den Skelettschlüssel machen konnte. In den Fragen der Toten gibt es sicher noch einen. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Freu dich nicht zu früh. Oh, hier gibt es aber auch eine Menge abzuholzen. Er da oben noch mal einen reingekriegt, ist auch gut. Ich finde es witzig, wie die sich hier gerade drehen. Ähm, ja, okay. Eine Menge Holz hier zu holen. Aber, au, Mann, gibt es hier noch viel zu tun? Ich hätte nie gedacht, dass die Totensümpfe doch noch so viel zu bieten hat. Kein Wunder, dass ich da das Steam-Ding noch nicht beendet habe. Ich wusste gar nicht, dass wir noch mal hier so durch die Totensümpfe gehen. Komisch. Gandalf fällt bestimmt wieder runter im Hintergrund. Oh, nee, ich fall runter. Nee, nicht wieder alle zurückkommen. Oh, ihr seid doch so blöd, ne? Echt. Manchmal seid ihr blöd. Das war klar. So, kommt mal hier rüber. Was ist das?